yo leute willkommen von sims 4 dem problem und zwar habe ich letzten verfolgen aufgenommen problem ist war irgendwie auch von beschädigt die polizei nicht hochladen und abspielen was gibt es neues ich hoffe ich habe das dritte semester bekommen aus ihm wurde verhaftet weil er mit einer axt der polizei der wahl weg war ein dach im knass halt gegen kein material vorhanden und ich wurde befördert dieses auswahlspiel ja es gab ein bonus plus ein bisschen kärcher um die arbeit zu wohnen so ich bin dürfen dass sie können wir was essen und zwar ein bisschen pappen ein paar käsakracker so typisch ist nicht essen so ok ja ich muss was bezahlen das geht halt noch nicht kann nichts hier machen bevor du was wegräumst stop stop it wir können ja auch füllen dann können wir auch noch was essen das ist ehre perfekt jo wir können uns aufs klo und ein bisschen bergen schnell ersetzen zu schlau ne ja das das mache ich sonst immer haha wir können uns jetzt reparieren aber wir haben so wir müssen uns entspannen wo es geht warte man 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 kann ich ein bisschen fernsehen gönn kein ding dann gehts schlafen seit hier das hier voll ist so ich muss mal schlafen gehen und ich so zack so ein paar schlafen leider sind viele Häuser hier die schon immer da gewesen gucken wir mal wie man die Plakate sehen könnte oder hier reingehen könnte wie in Sims 3 das ist ja cool ja ich muss was bezahlen ich weiß ich wollte nicht für den Cash so magusch gehen wir hier hin fertig machen ein bisschen schneller wenn es geht supi schnelle Mahlzeit dann hat er ein Sandwich das bringt jetzt nichts was große zu kochen perfekt dann bist du schon mit der Arbeit fertig dann könnte so fast nichts aufgehen ach so kann doch hier alles ernten hier das geht auch das muss sein vielleicht können wir noch mal was machen lassen hier ja was machen wir mit dem Zigarettenpapier das geht aber nicht so richtig weiß auch nicht warum das ist klar das muss ungehörte und krank gepflanzt werden dann zack mir wie das geht ich verkauf mal oder so und dann gucke ich mal pflanzen dann gucken wir mal an ob das hier alles funktioniert oh ich müsste ja gehen hm so ich bin auch mal wach richtig cool kann man auch noch was essen hier na also muss das ich warte dann zur nächsten folge die T-Shirt bar auf und dann mache ich heute Nachmittag nehme ich mal das Grundstück und diese Bibliothek und dann ja dann ziehe ich das mal in die Welt hier rein ich bin jetzt hier auswahlspieler und da sind die Stellaufstellung gepackt so Markus ist auch wieder zurück so Markus ist auch wieder zurück wie immer mit Blüschlissen er hat schon wieder Hunger ey boah ey Markus ey kann man so viel fressen ich bin zu fett ich weiß nicht ob wir so richtig fett werden können wenn man viel is das Ex hier Babyfeber tja Markus und Tua dafür mit Tränen in diesem ach du Scheiß hab ich nie gesehen stopp ok lol haha alles klar ich will mal hier was machen jetzt hier geht mal da hoch schnell schnell so danke ich kann ja irgendwie nix brauchen oder so blöd das ist mir nicht so da bin so ein Drogendealer cool da bin so ein Drogendealer wir kriegen jetzt halt nicht so oft hab ich auch keine Drogen oder was kaufen das ist ja so klare Reaktion ja die hat auch keine Drogen glaub ich ne ne settings Slice of Life Slice of Life was so null ok ähhhhh ähhhhh hhhhhh kohin bauen sie doch das geht doch auch nicht so ich nicht nach das geht doch das geht doch ich bin auch wieder weg cool ich hab mir jetzt vielleicht einen Lohn und zwar ich hab mir von ihm ein bisschen mehr ja dann kann man schon ein bisschen die 4,000 bereich zack ich hab mir nicht drauf ich brauch 200 Euro ey ich hab mir jetzt die Toilette sehr traurig sehr traurig wieso 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 12 Millionen浅 und Geld zuме w struggle den wieso wieso geht auch nicht anders wo ist er denn jetzt w Jar nicht Huh. Versuchen wir's mal. Markus, ne? Kranzig. Zwei mal kranzig. Huh. Wegen Kreuzheit. Oh, Markus, er verkriegt schon wieder rein. Ist der denn verrückt? Merkid Quinofa! Jetzt kriegt's doch hin, er kriegt das einfach nicht hin. Egal. Gut. Jo, was kannst du machen? Geh mal aufs Klo. Ich hoffe, dass ich da so gleich mal direkt nach Hause komme. Einfach abbrechen. Ein bisschen Gashwood kommt. Lachen 30 Euro, ey, auch mal. Das reicht nicht. Ähm. Was halt nochmal. Lässt jetzt Cashewier weg, ne? Das ist gut, ey. Das ist gut, ey. Ach, komm, das reicht jetzt auch nicht wie ich wollen, ne? Es ist auch schon zu spät jetzt. Jetzt zeigt er der Markus bei jedem, ne? Wir sehen können, was ist denn das für ein Typ? Ja. Easy, Fabio. Was will denn der denn? Was ist das für einer? Er läuft einfach an die Tür, du? Ja, mein Mann. Du brauchst ja nur Quelligkeit mit seinen Höhnen hier. Du musst doch mal. Alles klar? Ja, ich bin sechs. Und ich komme nach Hause. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen Käse. Jawohl, das müsst ihr heißen. Ja. Oh, geil. Ich brauche mehr Cash. Ich faube den Easy hier. Easy, Fabio. Ich habe vielleicht ein paar Cash. Vielleicht gibt er ein paar Cash. Dann bin ich noch Cash rein. New Cover. Ach, was wollen wir eigentlich? Er geht einfach rein. Du gehst jetzt. Das ist meine Hose. Easy, Fabio. ich muss ein bisschen training das muss sein und marcus muss eine logik ich hoffe ich hoffe jetzt gefallen das impulsierende